3 2 1 wir starten direkt hallo wir sind zurück wir haben die map gewechselt jetzt stets als und wir haben uns verstärken gut jetzt stets kalle als sie und mendex gegen kuslen ventex und treten und die jungs haben wieder angefangen bevor wir gestartet haben was was ist das spiel schuld nicht wir das schon gehört somit ist jetzt haben wir keine ausrede mehr verlieren auf geht's los das ist wieder v mit den granaten warum sie sind die hand nicht verlassen ich habe lieber gar nicht war so viel auf einem haufen hier das ist doch nicht wahr hier nicht eben ein scheiß wie macht er sowas ich hoffe es auf die kamera ein zu nehmen ok ich komme hin ich komme auch hin er hat mich auch ich habe es geschafft ich habe es geschafft ja scheiße der bentex stirb das ist ein bisschen komisch aussetzt hier ja natürlich ich dachte sterbe animation hinlegen ja kommt aus der hüfte kommt kommt protecte nicht mal da sind wir hat sich einer hingelegt ja das ist okay alter hier wird man eine chance bevor man um die ecke kommt nein ich mich auf entschuldigung delta wird eingenommen delta wird eingenommen delta wieso kann man eigentlich diesen granat nicht rückwärts ausweichen weil die hinter dich wollen ja ja oder eine wand hinter mir ist ja 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 ok das gibt's auch nicht das gibt's nicht was ist los mit ihr gerade eben hat er reingesackt und jetzt geht ab kommen diese typen immer her diese gegner keine ahnung ich kann halt weg mehr nein die kommen aus einem fahrzeug das nennt sich sporn nein nicht ernsthaft was was war das jetzt aus sie das war so ein mega fail ich habe noch einen schuss im lauf und habe nicht nachgeladen ja genau schön hast du Glück gemacht hab ich wieder Glück was wenn das jetzt ein headshot gewesen wäre ich hätte das so gefeiert mit dem letzten schuss im lauf würdest du würde dich auch nicht töten weil ein headshot weil du brauchst mindestens zwei glaube ich oder drei das ist star citizen da kann alles passieren ja verblutet ja lieber marine ernsthaft mit dem gesicht landen ist keine option ist auch nicht sehr eine ordentliche landung ist eine gesichtslandung irgendwie habe ich das gerettet hier läuft es irgendwie nicht sowieso wahnsinnig ich navigiere hier so durch als hätte ich tatsächlich den boden den bogen raus da wird mir ich meine was die orientierung angeht das rechne ich dir böe hart an Ventex das werde ich eines tages treffen wir uns mal im richtigen leben und dann drücke ich dir ne granate in die hand einfach so wir haben uns bisher noch um die als als kükenschutz haben wir uns bisher noch zurückgehalten Mendix aber jetzt würde ich sagen es gibt hier fett buttwreck so jetzt reicht's und ich lande schon wieder mit dem gesicht das ist unterlassen wo landest du denn und down ernsthaft ich bin ja nur im laufen laufen auf das furchtbar ja ich weiß nicht mein marine kann irgendwie nicht aufrecht bleiben nachdem er landet immer auf dem gesicht naja wenn man es gewohnt ist so erzogen worden so Beuys ich nehme Alpha ein jetzt müssen wir uns mal wieder ein bisschen koordinieren ich geh grad ziemlich schlecht kusseln kusseln ein bisschen zu gut für meinen Geschmack ah Mist hä ich bin mal gestorben ja nice ja nein nein aaah aaah doch nicht fast fehlerfrei geschafft aaah aaah ja los zusammenreißen und der war auch wieder mal Louis de vince von der Reihe was ja wat ach nee wo kommt ihr alle her so schnell was habt ihr denn vor ja danke ssack haaaa das sind so viele bansaiai Lass doch endlich nach, du Vogel! Ich lach nach, während wir kämpfen. Lass das Try, lasse er das. Was, wo ist denn hier einer, wo ist denn hier einer? Nein, nicht auf mich schießen. Ja, nimm ihn, nimm ihn, mach ihn, fertig. Irgendwie ein schlechter Porno. Ha, Q-Sland. Die Granate hat mich fast noch gekillt, hätte ich jetzt nicht noch einen Medipack. Hast du doch nur überlebt? Ja, ich war mit der letzten Kraft am Bluten und dann habe ich mir noch einen Medipack reingehauen. Alles geheilt. Okay, dann halt die Leiter hoch. Auch nicht schlimm. So, ich will jetzt sehen, wie wir sie stompen, auf geht's. Kutschen. Oh. Ach komm, kann er nicht wahr sein? Boah! Nein! Nein! Der war aber gut. Scheiße. Sehr gut. Wo komm ich denn hier wieder raus? Mandex hat sich verlaufen, das ist nicht wahr. Nee, gar nicht wahr. Alles ist in Ordnung. Die sind noch nicht alleine. Wir haben immer so drei, vier Stück auf dem Haufen. Vier Stück, vier Stück, wir sind noch drei, mein Freund. Ja. Aber das ist sehr schön, wenn wir den Eindruck zahlenmäßiger Überlegenheit machen. Ich sag, dich schaffe ich auch noch alleine, Mandex. Ja, das mag zwar sein, aber ich meine, bring doch mal lieber Kursland um oder so. Hab ich doch. Direkt nach dich. Ich hab dich direkt danach gekillt, Kursland. Der ist jetzt dreimal gestorben, sozusagen. Ja. Einer läuft Richtung Delta. Haltet, halt, halt, so haltet man ihn. Boah! Doppelkill! Und was für gar nicht auf dem Radar angezeigt? Ja! Ja. So. Punkte einnehmen, Mädels. Punkte einnehmen. Boah, das Gefühl zu viele Punkte. Delta, 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 Delta. Ja, ich bin bei A. Feuer auf Delta konzentrieren. Keine Ahnung, ich komme zu Alpha. Okay. Lauft's. Das sind mindestens zehn Leute mehr als vier. Zehn. Ja, mindestens. Ja. Kann doch nicht sein, dass die... Wer ist da? Hallo? Bei Delta? Ja. Ich hab... Ich hab... Ich hab dich gesehen, Try. Ja! Geh weg! Pfui! Weg! 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 Oh oh! Heilung, Heilung, Heilung! Hau die Heilung rein! Hau die Heilung rein! Nein! Was kommt von hinten jetzt noch? Oh, ist das unfair! Ja! Ach, das war sie! Sehr schön! Hey! Ja, danke! Zu wenig Munition. Ah, klar, zack! Ey, dann mach ich mir schon die Mühe, danach nicht durchzurennen, ey! Ich bin Daisy total, äh, total, äh, panisch. Friendly! Friendly! Alpha ist gone! So, Moment! So, wo müssen wir hin? Nach Alpha müssen wir! Wird doch gelacht! Naja! Das gewinnen wir! Dieses Mal gewinnen wir! Ventex! Wo? Aus den letzten Eck kommt er gekrochen, der Ventex! Ja! Ventex bei B! Wir hätten hier im Weltraum gekämpft! Er läuft durch, bis noch A! Ja! Wentex! Glaube ich zumindest! Ne, läuft er nicht! Der ist bei B! Mann, das kann er nicht! Nur weil es mich gerade in sonst wohin gekickt hat! Mann, ey! Ja, klar! Wehrloser Opfer! Reichte Ziele! Die Try läuft noch mit! Ja, ja! Try spielt noch mit, ja! Ja, ja! Er ist nicht sonderlich, äh... Er hatte eben eine ganz merkwürdige Verhaltung! 06 steht er! Ja! Mehr so liegend! Ja, ja, ja! Das sah aber gut aus! Ich wollte Ventex noch kriegen! Der ist die ganze Zeit vor mir her gelaufen! Nicht so mit zwei Meter Abstand vor mir her! Und ich dachte... Direkt weiter! So! Direkt nach Charlie runter! Kanonen-Fritter voraus! Oh, verdammt! Oh! First Blood! Ah, CS hängt an dir! Ah! Killer! Ah! Nein! Den habe ich aber Ventex ab mich! Ah! Scheiße! Wie ich vorhin gesagt habe! Ventex ist nicht schlecht in dem Spiel, ne? Das kann man so... Ach was! Der tut nur so! Das kann man so! Anfänger Glück! Ja! Ja! Überwartet der doch auf mich! Oder was? Sie nehmen C ein! Ah, try! Spiel doch mit was anderem als der Pisswaffe da! Laserwaffe direkt! Ah! Beim Heilen und Nachladen! Ja, dann kann man... Nach... Nachladen? Wie jetzt nur nach... Wie kannst du nur das Energiegewinn nachladen? Eilen! Hast du den One-Shot gemerkt? Äh, das lassen wir Ventex! Könntest du bitte Vorbescheid sagen, bevor du mich hinterlückst? Nein! Nein! Hast du ja auch nicht! Und wieso? Wieso? Hallo! Ich habe noch niemanden beim Hacken geschossen! Noch nie? Dann bist du schlecht! Nein! Ich warte! Ich kann sagen dann! Nein! Das ist fair! Damit du einen zurückhacken kannst du! Ja! Punkte maximieren! Jo! Da hat er recht! Boys! Also Körpertreffer sind nix gegen Coasland! Was? Körpertreffer bringen bei dir nix! Ich bin auch Stahl! Äh! Da hat er vorgeschossene Ventex! Nein! Ich war ja mein Freund! Ja, ich geh jetzt mit dem Shotgun rein! Ja! Na! 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 Und der scherbt mich nicht nur auf Hacken! Control Point! Contested! Sack! Los Calle! Leute! Du stehst halt einfach an ihrem Spawn! Er gönnt sich! das ist die kinder lutscher wegnehmen sagst du ganz magazin ich weiß auch nicht was das soll und sterbliche kämpfen gegen mich also okay mit einer shotgun was die funktioniert ja ja die funktionierst gut kampf jetzt mit no skill weppen habe ich das richtig gehört ja hast du das hat mich verletzt ja und die antwort ist ja es gibt es nicht ich bin dreimal um die ecke gegangen und schon und trotzdem werde ich noch um die ecke erledigt durch die ecke es gibt es nicht hast du dich schon wieder töten lassen er taucht so oft nix auf da ist sehr schön ja wenn ihr direkt vor unserem spawnen herläuft dann spawne ich direkt vor euren füßen hallo 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 ha ist doch direkt bei meinem spawn ich habe voll angst A einzunehmen hier wird man erschossen aber sieht ganz gut aus von den punkten her ich glaube das könnten wir wieder gewinnen steht schon wieder bei d und dann noch abgesichert vorne vorsicht oh ja danke was los normales eins gegen eins wo ist mendex bin nicht da hast du das wie hältst du von vorderein kannst du die luft oder da ist mendex kommt zu 10 nein echt ich das ist jetzt echt noch verkackt ne ist sauber ja 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 nicht zu früh freuen eins müssen wir noch los auf gehts was noch einmal noch einmal drei müssen sie drei müssen sein los ja naja das geht schon ich nehme an ja das ist es ist schon wieder an fiesen ecken blau hallo wenn text das dumme ist man sobald man anfängt zu laufen und die animation nicht durch macht mit diesem heilen macht er nicht weiter könnte aber einfach die shot der shotgun lauf seine dinge also ich habe das gefühl ich habe momentan massiv die sink ja ein bisschen zappel ich alle das ist gerade und werde trotzdem noch durch meine deckung hindurch erschossen ja das ist der heck von ventex ja das liegt nicht am server das kann natürlich auch sein ja da wäre es unfällt und für die links zu geben aber wir haben ja video überweist ist klar ich dachte ich habe eine geheimwaffe aber jetzt gerade weil ich habe gesagt läuft nicht wirklich also mir werden wirklich 45 friends angezeigt aber sobald ich weiß die ganze zeit ihr schläfer jetzt ist es dein team schuld dass du verlierst nein ich gewinne an erfahrung würde ich jetzt auch sagen an deiner stelle wenn ich so schlecht wäre das geht ja das geht in zwei richtungen das fenster hat mir schon gedacht ich habe ich sehen unten laufen denkt mir schon er will es garantiert das fenster schießen und drückt einfach rein habe ich die stärke waffe vorsicht weiß jetzt auch mit der shotgun unterwegs also dass ihr das wisst aus der ferne töten machen wir jetzt alle die waffen waffen heißen nicht muss ja erst dran kommen das ist auf einer auf einer so relativ weitläufigen hauptsächlich zwei packen ist das natürlich muss den ersten schuss auch richtig treffen wenn er nicht richtig tristan das verlagen weil du bist zum zweiten schuss raus kriegst er nicht ja ja also so nein die heißt das ja der offizielle bezeichnung so deltas unser sind fast alle bei a was ok try habe ich aber nicht alles so leicht jetzt rede ich das ist obst im haus meine güte ich bin noch so lange da durch die gegen gerannt ja ich hab's gesehen ich hab's gemerkt du hast versucht distanz zu gewinnen aber ich bin ja nach musstest du nachladen ich musste nachladen ja 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 so und c ist unter wenn ich es schreckt mich doch nicht so hinter uns d na ich kann auch noch nicht rechelt mich muss ich musste nachladen ist so schnell der typ muss dann bleibt es jetzt endlich mal stehen bitte stehen bleiben halt stop glück wir nennen das glück ich habe nur dumm aber ich habe keine medifix mehr ich muss jetzt schnell in die base laufen und schon doch keine granaten mehr da ist noch eins das noch eins das noch dazu das medikasten los heilen 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 auch 23 sek sekunden fick dich doch leute wir liegen nur ganz knapp vorne ok also eine verzögerte granate das auch was ist denn heute mit mir los hat es doch so schön geklappt ich will wieder station damien dann wollen wir doch mal tauschen wir gegen c ich bin noch gestorben nein bloodlust leute sie nehmen ein wir brüsten jetzt mindestens sie halten und noch mindestens einen punkt dazu kriegen eigentlich ja dann hol ich ja ich sehe es sehr schön gut wir konzentrieren uns mal auf a charlie 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 wird wieder eingenommen ja nein hast du dir gelassen hat mich erwischt Nein! Nein! Achso! Was hast du denn gemacht? Von Anfang an war das eindeutig. Von der Zeit her, komm schon. Aber ihr habt halt eben auch nur ein Draw hingekriegt. Aber auch die Kills, 39, 41 und 40, 40. Das ist aber auch extrem ausgeglichen. Ja, nicht übel. Aber wir haben letztendlich mehr Punkte gemacht. Wir haben letztendlich tausend mehr Punkte gemacht.